Ja, guten Tag, Frau Susanne Egerding. Das ist die Kinderschutzambulanzleiterin fachlicher Abteilung. Ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Sie arbeiten ja, das können wir auch gerne mal schnell lesen, zusammen, ärztliche Kinderschutzambulanz. Als ärztliche Kinderschutzambulanz sind wir eine ambulante Beratungs- und Therapieeinrichtung der DRK. Wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, die Erfahrungen von sexueller und oder körperlicher Gewalt und oder Vernachlässigung gemacht haben. Alle Infos zu unserer Einrichtung sowie Ansprechpersonen für Ratssuchende finden Sie hier. Klick. So, ich hätte da mal eine ganz dumme Frage. Dreht es sich jetzt nur um Opfer, die unmittelbar betroffen sind oder auch Opfer, die gegen diese Missbrauchstaten seit Jahrzehnten vorgehen, Frau Egerding? Denn wie ich sehe, auf ihrer Webseite stehen da zwei Herren, die mich in den letzten Jahren ganz, 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 ganz übelst behandelt haben. Da steht der Schanti, Präsident des Landgerichts, Herr Ulrich Schambert. Er thront sozusagen über dieser Gruppe und da steht gleich rechts neben ihm auf der Seite nicht der Herr mit der Brille, sondern dieser Herr. Das ist der leitende Oberstaatsanwalt von Münster. Das ist der Nachfolger von der Elke Adomeit. Und über Elke Adomeit habe ich ja gerade so ein paar Videos gepostet, die den Fall Jens Erbe treffen und die mir wirklich Angst machen als Justizopfer seit 13 Jahren jetzt. Unglaublich, aber es ist wahr. Der Fall Mollert 2.0. Und aus dem Grund möchte ich Sie fragen, lieber Herr Schambert, finden Sie es richtig und finden Sie es auch gerecht, dass Sie einerseits vier meiner Kunstarbeiten, meiner Kunstwerke abgelehnt haben, immer ganz schnell und resolut, wie jetzt zum Beispiel die letzte, über die ich jetzt auch eine Lesung gemacht habe. Und zwar heißt dieses Stück, dieses Kunstwerk heißt Defending Ukraine und das war ein sehr großer Erfolg. Die Statue ist gesegnet worden von einem Geistlichen der Ukraine und ist sehr, sehr gut angekommen bei den Ukrainern. Sie haben mir jetzt durch Ihren Herrn Barton erklären lassen, warum die nicht aufgestellt werden kann. Ja, jetzt bin ich aber schon ein bisschen, jetzt mache ich mir schon ein bisschen Gedanken um Ihre Neutralität, die Sie hier verteidigen. Das Theater Münster zieht da regelmäßig seine Vorstellungen ab und wie Sie wissen, habe ich ja jetzt auch eine einstweilige Verfügung bekommen vom Theater Münster. Ich rieche da Befangenheit. Finden Sie das nicht auch? Ich glaube auch jeder, der dieses Video sieht, der wird mir zustimmen. Wie kann ein Gericht, das das Theater Münster regelmäßig zu Gast hatte und hat und regelmäßig, also verschiedene Stücke, verschiedene Themen, wie kann dieses Gericht dann neutral befangen über einen Diebstahl eines Gedanken, also Gedankendiebstahl, beziehungsweise mein Theaterstück Kinderhaus wurde geklaut. Offensichtlich und nachweislich und da sind noch viele Sachen dazu, Intrigen, Frau Kostolmein und, und, und. Herr Schambert, ich möchte Sie hier mit diesem Video zum allerersten Mal auch so persönlich zum Rücktritt auffordern. Sie haben 13 Jahre, haben Sie dieses Haus runtergewirtschaftet und Herr Frobel und auch Ihr Kollege Herr Dr. Jürgen Frobel, der mich nicht reingelassen hat in das Haus, als ich mir eines dieser Theaterstücke angucken wollte. Sie sind befangen und nicht nur das. Sie treten einem Missbrauchsopfer in den Rücken und stellen sich hier mit dieser Gruppe von Leuten hin, als würden Sie dastehen für den Schutz der Kinder. Hier steht es, Beirat der ärztlichen Kinderschutzambulanz. Sie sind also im Beirat der ärztlichen Kinderschutzambulanz. Das verstehe doch, wer will, aber ich verstehe das nicht als Missbrauchsopfer. Sie haben mich während Corona, haben Sie zugelassen, dass ich auf die Straße gesetzt wurde. Das muss man sich erst mal im Mund zergehen lassen, obwohl ich komplett unschuldig war. Ich habe in Ihrem Haus am 23.06.2021 bewiesen, dass ich die Nachbarn nicht beleidigt habe. Und dennoch haben Sie mit Ihrem alten Herrn Dr. Bischof, dem Vorsitzenden Richter und auch Ihrem Sidekick Herrn Barton und noch einem anderen Judas, haben Sie wirklich einen Missbrauchsopfer, der noch dazu am 17.04.2017 fast totgestochen wurde. Ja, ich werde nämlich wirklich fast verblutet und mir sind meine Lungenflügel eingefallen. Das ist Ihnen ganz egal. Sie stellen sich da hin für eine Fotooption. Das ist ein waschechter Skandal. Und ich fordere den Rücktritt von allen drei Speerspitzen der Münsteraner Justiz, weil eigentlich müsste man die Justiz zumachen. Und das werde ich auch so an unseren Justizminister weitergeben. Sie sind doch eh schon im Pensionsalter. Treten Sie zurück, lassen Sie jemand Neues, der nichts, aber auch gar nichts mit Ihnen zu tun hat, ran. Weil das ist langsam überfällig. Das wissen Sie. Und liebe Frau Egerding, entschuldigen Sie für die Störung, aber es musste sein, denn ich kann nicht mehr. Ich werde von dieser Justiz zerkloppt mit irren Verfahren. Und eins nach dem anderen, die haben auch schon versucht, mich als verrückt hinzustellen. Ich bin schon untersucht worden, ist Gott sei Dank alles in Ordnung. Also, nochmals, treten Sie zurück und machen Sie endlich Luft für was Neues, für einen Neuanfang. Denn Sie haben bewiesen, dass es hier der Fall Mollert 2.0 in Münster abgeht. Tatort Münster, der Fall Marc Bellinghaus. Dankeschön. 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 Vielen Dank.